Hey Leute, schon was genauer gesagt zum nächsten Mal von meinem Kanal, Freunde. Heute, das Haus hier ist fertig gemacht. Und der Kastephan heute wieder, ja. Also in der nächsten Folge wird vielleicht Kastephan wieder da sein. Keine Ahnung. Und ich muss diese Zombies hier heilen. Okay, wir hier sind nämlich gerade Zombies hergekommen. Hab ich gedacht, ha, die tue ich jetzt da rein. Hier hab ich schon Zombies rein. Dann sind einfach Zombies rausgekommen. Yes, das werden mal gute Menschen wieder werden. Da müssen wir noch gucken, ob sie Corona haben. Also Corona-Tests, das mach ich mit Gestöpfchen, das verstehen, und dann zu gut. Ähm, yeah. Guck mal, Freunde. Man kann es von innen auf machen. Und auch von außen zu. Und auch von außen ein. Und auch von innen zu. Wie geil ist das denn, oder, Freunde? Wie geil ist das denn gebaut? Ich hab's versucht, so ähnlich zu bauen, wie früher. Hm? Hier ist ein Zombie-Villager. Mach den wieder gut. Na guck, kein Corona zu haben. Okay. Schneller bohrt zu. Also gucken, ob das gute Menschen wieder wären. Nochmal ein Spächer-Trank hinterher. Sie sind all drei gut geworden. Wie geil. Okay, wir müssen euch noch Corona testen. Corona Testen. So, Freunde. So, Freunde. Corona testen. Das heißt, dass ich mich noch Corona testen muss. Ob die Corona haben. Da muss man ja einfach nach draußen gehen. Ja, Freunde. Ich würde sagen, ähm, mit dem Projekt geht's morgen weiter. Also, ich finde, ich bin sehr stolz auf mein gebautes Setz. Gerade hab ich sogar ohne Christopher gebaut. Ja, Freunde. Ich würde schon mal sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit Christopher muss ich nur noch den Aufzug nach oben bauen. Dann liken, abonnieren und schreibt mir ein Tschüssi.